Willkommen zum Video. Heute sprechen wir über fünf Fehler, die du beim Kauf eines Einbaukühlschranks unbedingt vermeiden solltest. Bevor du eine Entscheidung triffst, schau dir dieses Video bis zum Ende an, damit du die typischen Fallstricke vermeidest und den richtigen Kühlschrank für deine Küche findest. In der Videobeschreibung haben wir außerdem einige empfehlenswerte Einbaukühlschränke verlinkt, also schau nach dem Video unbedingt dort vorbei. Fehler Nummer 1. Nicht auf die Einbaumaße achten. Ein häufiger Fehler ist, die genauen Einbaumaße des Schranks und des Kühlschranks nicht korrekt zu messen. Beim Einbaukühlschrank kommt es auf jeden Millimeter an. Passt das Gerät nicht exakt in den vorgesehenen Schrank, gibt es beim Einbau große Probleme. Achte darauf, sowohl die Außenmaße des Kühlschranks als auch die Einbaumaße deines Schranks präzise zu überprüfen. Manche Modelle haben zusätzliche Anforderungen an die Belüftung, die ebenfalls Platz benötigen. Messen ist also hier wirklich das A und O, um Frustrationen und Nacharbeiten zu vermeiden. Fehler Nummer 2. Falsche Türanschlagrichtung. Ein weiterer häufiger Fehler ist es, nicht auf die Türanschlagrichtung zu achten. Je nachdem, wo der Kühlschrank eingebaut wird, kann es sein, dass die Tür in die falsche Richtung öffnet und der Zugang zur Küche erschwert wird. Überprüfe vor dem Kauf, ob die Tür des Einbaukühlschranks auf der richtigen Seite angeschlagen ist oder ob der Türanschlag flexibel gewechselt werden kann. Gerade bei kleineren Küchen oder Einbaupositionen in Ecken kann das einen großen Unterschied machen. Eine falsche Öffnungsrichtung kann im Alltag sehr unpraktisch werden. Fehler Nummer 3. Keine ausreichende Energieeffizienz. Viele Käufer achten nicht genügend auf die Energieeffizienzklasse ihres Einbaukühlschranks. Da der Kühlschrank rund um die Uhr läuft, können schlechte Energieeffizienzklassen auf Dauer hohe Stromkosten verursachen. Gerade in Zeiten steigender Energiepreise ist es wichtig, ein Modell mit einer hohen Effizienzklasse zu wählen, um langfristig Geld zu sparen. Ein günstiges Gerät mit schlechter Energiebilanz wird dich langfristig teurer zu stehen kommen als ein effizienteres Modell. Fehler Nummer 4. Unzureichendes Belüftungssystem. Einbaukühlschränke benötigen eine gute Belüftung, um effizient arbeiten zu können. Wird die Belüftung beim Einbau vernachlässigt, kann sich das Gerät überhitzen, was zu einer schlechteren Kühlleistung und einem höheren Energieverbrauch führt. Achte beim Kauf darauf, dass sowohl oben als auch unten im Einbauschrank ausreichend Platz für Lüftungsschlitze vorhanden ist. Ohne ein gutes Belüftungssystem kann der Kühlschrank seine Leistung nicht optimal abrufen, was zu unnötigen Reparaturen oder kürzerer Lebensdauer führen kann. Fehler Nummer 5. Zu wenig Stauraum planen. Oft wird der Stauraum im Inneren des Kühlschranks unterschätzt, insbesondere wenn es um ein Einbaumodell geht, das vielleicht weniger Platz bietet als freistehende Geräte. Wenn du deine Einkaufsgewohnheiten und die Größe deines Haushalts nicht korrekt berücksichtigst, kann es schnell passieren, dass der Kühlschrank zu klein ist und du ständig Probleme hast, alles unterzubringen. Achte also nicht nur auf das äußere Maß, sondern auch auf die Aufteilung des Innenraums und prüfe, ob genügend Ablageflächen, Schubladen und Türfächer vorhanden sind, um deinen Alltag zu erleichtern. Das waren die fünf häufigsten Fehler, die du beim Kauf eines Einbaukühlschranks unbedingt vermeiden solltest. Vergiss nicht, in die Videobeschreibung zu schauen. Dort haben wir dir die besten Modelle verlinkt, die diese Probleme vermeiden. Viel Spaß bei der Auswahl deines neuen Kühlschranks und vielen Dank fürs Zuschauen.